Hallo liebe Minecrafter, hallo liebe YouTuber, schön dass ihr auf meinem Channel gelandet seid, zumindest auf dem Video. Ähm, in diesem Video zeige ich euch ein Restaurant. Ein Restaurant was ich gebaut habe, ein Tower-Restaurant. Ich kann es euch mal ganz kurz in der Luft zeigen. Hier ist es nur aus Holz gefertigt, hier ist es eigentlich nur Stein, Holz und noch mehr Holz. Ähm, ja wir fangen einfach mal an, vor der Brücke. Ich habe das Restaurant, Restaurant Delfalco genannt. Da ich in Berlin wohne und da gibt es ein ähnliches Restaurant. Was heißt ein ähnliches? Es heißt auch Delfalco, aber es sieht eher weniger so aus. So, dann gehen wir mal über die Brücke. Die ich finde mir sehr nicht gut gelungen ist, aber auch eher weniger Sinn bringt, da wir uns eher mehr auf das konzentrieren. Der kleine Swimmingpool, was auch sehr unlogisch ist für ein Restaurant. Aber das interessiert uns weiter nicht hier. Also, wir wollen hier in das Restaurant. So, Facebook hat mich etwas... Äh... Bla, bla, bla. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ähm... So, ähm, hier sind wir im Untergeschoss, zumindest in der Eingangshalle. Hier ein kleiner Sitzplatz, da ein kleiner Sitzplatz, hier ein noch kleinerer Sitzplatz und hier genauso ein kleinerer Sitzplatz wie da. Nun gehen wir runter in die Küche. In die Küche, wo gekocht wird, wo normalerweise gekocht wird in der Küche. Macht Sinn. Hier drauf Wasser von der Decke, wie unlogisch ist das denn? Ähm, okay, ich sollte aufhören, so zu reden. Ähm, nun gehen wir ins zweite... ...Opergeschoss, ins zweite Erdgeschoss. So, haben wir auch hier ein kleines... Hier sind die Dinner for One, die kleinen Tische. Hier ein Tisch für zwei, immer so. Und hier Familientisch und Party bei McDonalds. Und hier haben wir noch einen Tisch outside. Ähm, ups, Allah, hier fehlt mir eine Absperrung. Ich könnte böse enden. Ähm, wo, so zum Beispiel. Ähm, ja, hier außen kann man auch viel schön essen. Hier könnte ich vielleicht noch, wenn wir gerade hier so ein Let's Play machen, oder Let's Show, machen wir gleich da außen Let's Play. Okay, ähm, da kam ein bisschen Glowstone, damit die, damit die auch was zum Sehen haben. Und hier gehen wir dann oben in den Tower. Der Tower of London. Nein, der Tower of... ...dem Restaurant. Ähm, hier kann man sitzen, hier kann man sitzen, überall kann man sitzen. Ähm, ich überlege, ob ich hier oben noch eins mache. Aber ich glaube, das sieht nicht so gut aus. Ich glaube, dann lasse ich die das lieber so und... ...mache die Decke noch zu. Ich glaube, das sieht besser aus. Ich befinde mich gerade im Kreativmodus, weil sonst hätte ich Jahre gebraucht, bis ich dieses Haus fertiggestellt hätte. Ähm, ja, ich quatsche, das tut mir wieder ziemlich viel. Ich hoffe, euch gefällt das Video, euch gefällt das Restaurant, wollt es nachbauen? Oh nein, okay, müsst ihr nicht, aber... Ähm, ich hoffe, ihr abonniert mich. Ihr macht wenigstens einen Daumen hoch, kommentiert, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, abonnieren und es gefällt euch. Ähm, ja, da würde ich sagen, zeige ich euch das ganze Ding nochmal von außen. Von oben und von überall überhaupt. Vielleicht habt ihr eine Idee, was ihr nachmachen könnt. Ihr müsst es ja nicht genauso machen, aber vielleicht da wisst ihr, ah, ich mach mal ein Restaurant für meine Stadt. Dann wisst ihr ungefähr, wie es aussehen soll. Gut, das soll es dann auch schon gewesen sein. Dann sehen wir uns... ...äh, in meinen nächsten Videos, ne? Bis denn, ciao! Bis denn, ciao!